so ja party genau und wie viele sind jetzt hier gespawnt in der ziel wo ich auf cover keiner cool noch vier strings ich hätte gern noch vier strings das muss doch drin sein ja ich habe einen wallblock gefunden und eine schere cool okay in dem haus war ich schon da habe ich nicht reingeguckt nice da war ich schon schweinerei da war ich auch schon drin hier war ich auch schon drin meine güte äh es ging noch mal unten ich hasse diese kleinen popel dinger warum ist hier unten im keller geschossen hühnchen mann 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 da drüben war eine kiste aber hier war ich schon ja Leider ist hier. Ok. Äh, ja. Da drüben scheine ich noch nicht gewesen zu sein. So. Oh, ich hab die Wolle zusammen, die ich brauche. Das gefällt mir schon mal. Das ist nice, nice, nice. Müsste hier nicht auch irgendwo eine Kiste stehen? Nö, ok. Ach, komm. Ich hab gesehen, wie ihr gespawnt seid. Geht weg. Ja. So geht's auch. Äh, 40. Ja komm, das reicht erst einmal. Wie viel Kakteen? Ich brauche nur 8. So. So. Mobblut kommt wieder da rein. Die Wolle nicht, die bleibt. Das da rein, das bleibt zum Reparieren. Essen. 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 Die Herzen da mit rein. Die Shards da mit rein. Die Emirates da mit rein. Mobblut. Mobblut. Äh. Die Fische kommen da mit rein. Die Fische kommen da mit rein. Genau so das Weed. Die Kaktellen, die Seeds da rein. Gold, Prismarine Charts da rein. Bullets kommen hier rein. Äh, Mobloot. Der Quark kommt hier rein. Das da, das dort, das bleibt und das Geld kommt da rein. Genau. So. Äh, scheiße, jetzt habe ich alles Chips umgewandelt. Ja, okay. Passt, ich brauche nur noch Leder. Haben wir hier. Ein Medium. Und ein Large. Haben wir hier. Alles klar. Der Large Backpack sieht geil aus. Wenn der immer offen ist. Der ist größer als eine Doppelkiste. Okay, weiter geht's. Hier. Eisen, Eisen, Slimeboards. Das mache ich aus Crate Duck. Duck mache ich aus Weed Flower. Weed Flower mache ich, indem ich das da klein häcksel. Dann häcksel mal. Das mache ich jetzt wiederum mit Lime Dye. Okay. Muss ich noch mehr grüne Farbe herstellen. Ei, ei, ei. Ich brauche Lime Dye. Hä? Wie betreff ich dich? Sei jetzt ruhig. Wo ist mein ganzes Glas hin? Hä? Da ist es drinne. So. Äh. Holz. Oh. Oh. Nein. Du hast nicht zufälligerweise Silk Touch. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scheiße. Na ja, dann eben so. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, das reicht aus. Nein, mir fehlen noch 2 Glas. Mir fehlen ein paar Glas mehr. Ach, die Tür ist ja noch 2 groß. 1, 2, 3, 4 grüne Glas brauche ich noch. Ich habe keinen Sand mehr, oder? So. Doch, 16 Stück noch. Passt. Das passt noch gerade so. So. Ähm. Lime Dye. Hört sich doof an. Wie stehe ich das her mit Weiß? So. Das und. Hä? Ist doch richtig so. Ach ne, das muss ich erstmal mit Wasser zu Duck machen. Kennst du Duck? DuckTee? Ne, einfach nur Duck. Duck und Carry, Duck und Carry, Duck und Carry. Ich glaube nicht. Dann hast du nicht gelebt. Na, wie du siehst, lehne ich aber. Das lässt sich ändern. Ich würde das gerne irgendwie automatisieren. Ich habe keinen Bock jetzt die ganze Zeit Wasser zu holen. Ach, hier ist ja auch Pams Harvestcraft drauf. Sehe ich gerade. Cool. Aber wo sind die ganzen Pflanzen davon hin? Sind alle deaktiviert. Beschiss. Die geilste Mod ever und. Ja, aber du kannst trotzdem extrem viel genug kochen. Ja, klar. Ähm. Wieso habe ich 14 Lime Die? Okay, da stelle ich halt 14 mal Kleber her. Also. Stört mich auch nicht. So. Ne, 14 Slime Balls. Eik, eik, eik. Merk dir, was du herstellen willst. Und jetzt wird der Kleber hergestellt. Zwei Slime Balls, ein Iron Sheet, ein Iron Nugget. Iron Sheet, Eisen Nugget. Ich brauche noch ein paar Sheets. Äh. Ne, brauche ich nicht. Das wird ja so gemacht. So und so. Und da haben wir das. Sieben mal Kleber. Wooden Brackets. Alles klar. Äh. Das Glas haben wir auch. Äh. Verbindet's euch. Door. Gibt's ne Glastür. Äh. Ja. Hier. Yaka. Yaka. Was. Yaka. 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 Was ist denn das für ein Holz? Oh. Klarstor. Yaka. Yaka. Die mache ich mir. Die kommt cool fürs Gewächshaus. Äh. Da. Yaka. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nö, lass mal, mach mal so. So, hier da Wasser, dann da Weg. Genau, schon mal hier unten ausbessern. Ah. So überwindet man einfach die Höhen, okay. Hä? Ach, vom Windrad. Was? Nein, ähm. Du hattest ja auch bei dir zum Beispiel das Höhenproblem, dass einen blockt zu tief alles ist oder so, was weiß ich. Ja. Ach, hier haben wir so. Zahnräder. Ja genau, zum Beispiel. Und da kann man halt so Lederriemen, sage ich jetzt mal drum, spannen. Wie auf einem senkrechten Förderband eigentlich. So sieht das aus. Ah, das geht auch, okay. Ich mach das alles mit... Ja. 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 Aber so kann man halt auch hunderte Blöcke mal eben über... Ja. Machen aber. Ist einfach nur der Press. So, jetzt brauche ich einmal Wasser und dann gehen meine Felder wieder an Start. Da wird dann das angepflanzt. Das wird angepflanzt. Äh, das und das. Melon. Ja, kann ich auch mal anpflanzen. Ist echt nur so wenig Melon und Melon-Seeds. Hm. Seltsam. Das da. Dann muss ich wieder Blaze-Farm gehen. Die musst du auch noch farmen, im Übrigen. Ich hab ja schon gemerkt, dass du die verlaufst. Oder dass man die braucht. Ja. Da kannst du auch den nutzen, den ich gemacht hab, den ich schon so weit eingebaut hab, den Blaze-Burner. Ich hab noch nicht mal so ein Haus gefunden. Wie gesagt, du kannst dann den nutzen, den ich da hab. Muss ich mir irgendwann mal zeigen. Aber da bin ich sowieso dran. Vier. So. Ne, das nicht. Dann wird das nicht mehr akzeptiert. Pfff. So. Ach geil, da ist wieder Mutant. So ist wieder ein Mutant. Das da. 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 Ähm. Und ich brauch noch mehr Wasser. Äh. Hier unten ist ein reißender Handbike. Hatte ich auch schon bei mir. Hier vor deiner Haustür. Ich hab keine Haustür. Ja. Vor deiner Mauer. Der war schon oft genug da. Ich glaub, das ist jetzt das dritte Mal, dass der hier aufgetaucht ist. Und das Lama würden wir noch alles vollrotzen. Das ziehe ich sogar bis hier rein. Da ist auch weiter drin. Ne. Der ist auch weiter drin. Ne, der ist vor der Mauer. Ne, der ist vor der Mauer. Sieht von mir so aus, als wäre der da drin. Aber der hat mit einen? Die habe ich auch schon vier oder fünf Mal. Ich frag mich, was du machst, Haken, dass du so weit hinterher hinkst. eine stunde weniger als du keine server logs nachgucken da steht dann aber drinnen dass du 100 stunden mehr spielzeit hast hier unten hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht dass ich so viel gespielt habe aber kannst du mal echt mal schauen wo steht es denn escape statistiken ganz runterscrollen und dann steht irgendwo time plate 0,64 bei mir 0,64 0,64 steht da nur bei time plate besteht normalerweise eine minuten stunden also m h oder d hinter d 0,64 sind 12 stunden irgendwas so lange spiele ich noch nicht ich wäre auch gerade mal sechs stunden wie mache ich denn das jetzt so hier soll dann sand sind ok da muss ich hier tatsächlich erst mal einen block lassen 3 1 2 3 ich brauche noch ein pumpkin und ein melons so oh gott geräusch aus dem hals so glucks geräusche weil du schon wieder bei mir bist ey Darko aber ehrlich gesagt entspannt er in der nacht hier zu angeln als da draußen wenn da noch mobs sind aber warum du kannst dir so ein seelst sogar selber anlegen warum immer bei mir so green house ist fertig hat sie wenigstens ein herz abgezogen sehr schön war absicht ich habe so viel munition hier davon das ist immer normal die sind super geil gegen die mini zombies ja das ist das erste mal das ich jetzt verwendet habe ich kämpfe weiter mit schwert ich habe beide so das ist für mich so die notlösung wenn mini zombies mit speed auf mich zukommen ja bei mir nicht äh das dahin die wolle kommt dahin das holz kommt dahin die stickerinos kommt dahin die torches bleiben ähm ich lösche jetzt erstmal meine ganzen todespunkte nether place bleibt und ich muss irgendwann nochmal den nether ich muss dort auch noch meine todespunkte löschen ja wenn man afk rumsteht kriegt man eine niedrigere difficulty zahlen mit der zeit steht immer so in der nachricht ja werde ich aber nicht machen so 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 äh ne da war nix drin wo war denn der andere crab da unten gut gut so ach geht doch mal zu da guck mal bei mir ja was ist denn jetzt bei dir irgend so ein blubberzombie achso ich hab ja wieder Mutant ja die kannst du gern behalten ne die nehme ich sogar danken dran außer welche die brüllen das nervt ja dadurch haben sie bei mir drinnen die äh zombies gespawnt die Viecher ja genau das meine ich halt das ist das ist so die sache die mich am meisten ankotzt ich hab ja auch noch mal nach unten mal durcharbeite größtenteils das sagst du irgendwie in dem mod weg ist bei dem aber wirklich so ist bei dem aber wirklich so das mit feuer tick muss man echt mal testen ach man jetzt bauen zu hier wieder irgendwelche taxi und genau ich muss noch was anderes machen ich will mir noch villager tame gucken ob das auch geht hattest du das nicht schon versucht ach ne war ja am schlimmen auge gescheitert genau ähm wie viel brauche ich denn jetzt noch zwei vier sechs acht zehn zwölf vierze vierzehn 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 tück und ich hab natürlich das ganze netherrack verbraten alles klar scheiße du hast nicht zufälligerweise netherrack da bist du für den lobob ich hab auch noch keine dioristen der bist du für den lobob äh nein das soll nicht da rein da soll geld später rein äh ich hab dafür 13 heilkammer was ich damit soll das wäre ich auch nicht das ist sinnlos so viele zu besitzen stringerinos ähm ich glaube das war so hier oder bitte lass mich recht haben es war so sehr schön jetzt hätte ich fast einen fehler gemacht ecke so ich oh jetzt kann ich ganz schnell sandfarm gehen fetzig fetzig ähm danke fürs ganze leder die zombies haben den reisenden umgebracht ja und das bringt leder ne aber die lamas wow vier leder immerhin der teppich kann weg so ich brauch platz für sand das ist ein öffentliches crushing und das hat viel ausgehalten tatsächlich äh ich brauch noch mehr sand noch mehr sand noch mehr sand hier hab ich schon gefarmt ja hab ein krokodil gefunden bei uns weißt ja okay das soll versuchen oder nicht versuchen ich hab auf jeden fall die äh ne quest abgegeben grade und es ist down ja alter 40 leben das musst du unbedingt machen wie du hast 40 leben der hatte 40 leben also du musst unbedingt so ein krokodil klatschen ja ist sowieso ne quest sogar zfeer tatsächlich was kann ich sagen wo ich sowas finde ne eh ne plus ne plus wahrscheinlich aber äh das ist einfach hier gespawnt ne aber das musst du machen das ist geil und ist auch schnell down also passt sag mal kann ich nicht damit ich kann es damit machen geil ich werde zwar nie im leben so viel sand brauchen aber mir egal WTF difficulty 46 bin ich mittlerweile 11 steht bei mir ne 24 stand grad da 31 sinkt grad wieder ab ich war eben bei 46 kann es sein weil ich in der bei mir in der base ähm diese herzen genommen habe und mich gerade wieder zu meinem home.dp'd habe herzen genommen habe wie kann man die denn nehmen na diese ganz normalen herzen einfach diese kleinen mit difficulty minus plus fragezeichen ähm dass das ähm jetzt nur bei mir in der also bei uns in der base zählt da wo wir standen mit dem difficulty und überall außerhalb ist das so extremst hoch ähm weiß ich nicht das kann ich mir halt wirklich richtig gut vorstellen gerade kann sein klar so gewächshaus ist endgültig fertig jetzt geht es an den rest der mauer und dann schniedel die dimm schniedel die ab ich brauche noch ein paar leitern ok wo zwölf stück das reicht nicht cover me with diamond ja ich habe die ersten tier schuhe hergestellt wenn wir nachher gerade kaputt gegangen sind ich würde dir jetzt was sagen ich verkneife es mir aber ne du sagst wahrscheinlich dass du voll dir hast das ist ja auch nichts neues nö das nicht aber jetzt erst ich weiß ich bin arsch ich stehe dazu das macht es nicht besser ach ich finde schon vor allem du bist du ich kann halt wenig sagen du bist ein arsch und ich bin schadenfroh freude schaden was ich bin schadenfroh ah ja wie soll man das schaffen was schaffen gewöhnt ihr bitte an traptor wieder zuzumachen wenn du runde schwingst wie soll man das schaffen das habe ich gerade versucht indem du bevor du nach ins loch läufst nach oben guckst hat er sich wieder bei mir reingebaut boah jetzt lege ich hier eine falle aus nö 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 und ich schließe meine security cam an nö also security cam äh wo hab ich sie was für eine security cam gab es doch eine oder bin ich jetzt wir sind denn nicht wir sind wir sind wir haben zwar eine technik ne das beste ist gut ist die waffe oh gott warte mal hast du denn die waffe jetzt als überwachungskamera ja die sah aus wie von securitycraft die äh die äh sicherheitskamera halt die sich leute in den keller bauen und sagen die darf nicht verwendet werden das musste sein ey die anspielung musste jetzt einfach sein du wirst du dich meine oder mhm und der ist so doof wirst du vertraut seinen ganzen mods die sowieso alles weiter tratschen naja naja du hast auch deinen mods vertraut die einiges weiter getratscht haben naja ich kenn ihn der tratscht jetzt noch einiges weiter auch wenn er nicht weiß ach stimmt du bist ja doch du bist mod bei twitch ja mein lieber mod ich bin auch auf pc mod dann bist du bist du da jetzt der einzige mod testen tatsache du bist der einzige game moderator ne ich hab ja noch einen test mod wer ist denn test mod oder den habe ich runter gestuft weil er ja nicht aktiv ist also von daher brauche auch kein richtiger mod sein ist leider sooo äh so ich hätte gern bilderswort jetzt ganz ehrlich und gibt es hier kein bilderswort und es gibt ja eine art bilderswort was welche namen äh ich wollte mich später mal nachschauen wie der name heißt der heißt denn ganz komisch äh es darf vielleicht ne es darf ne irgendwas of some blablabla glaub ich äh hier wand of Symmetri wand of Symmetri aber wie wird er bekommt heute nicht äh du brauchst 56 Mechanical Crafter für das Ding ach ne warte mal das ist der für das Vehicle Crate ach du scheiße das jetzt macht das pack noch mehr spaß wenn man so viele crafting crates braucht da macht es doch gleich noch mehr spaß 56 stück wie soll es denn da oben dran kommen bitteschön naja irgendwie wird das schon klappen was zum teufel äh äh ich habe Naturalsgoria gefunden Gesundheit es ist ein ganz kurioser Block oh ähm oh und die valheim die haben dort was neues reingebracht gebracht das wirst du bestimmt lieben oje du kannst deine Essensleiste die du unten hast mit den drei Mahlzeiten ja kannst du jetzt leer machen es gibt es gibt berries die lassen dich in valheim kotzen und dann verschwindet dort unten diese Essensanzeige warum soll ich das mal lösen naja falls du sagst ich kämpfe jetzt gegen den Boss ich brauche aber zum Beispiel mehr Ausdauer für den oder ja gut stimmt das könnte sein äh äh du brauchst mehr Leben oder wenn du dich die ganze Zeit nur von Pilzen, Beeren und rohen Fleisch ernährt hast du willst jetzt aber besseres Essen zu dir nehmen Alter ich habe mich scheckisch gedacht als ich mich in Valheim auf immer übergeben habe ich kann mir vorstellen dass der Pille äh Quatsch dass diese Blöcke auch gut für dich zu bauen sind was wie sehen die denn aus sind die so dunkel 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 bräunlich hab ich schon die verändern sich die bleiben nicht immer so ja das sieht doch ganz lustig aus ja aber da habe ich schon ich habe noch nichts herausgefunden ich habe da noch nichts herausgefunden ich habe da noch nichts herausgefunden ich sehe nur gerade einen Zombie mit Goldrüstung oh ich hasse dieses Doppelgesetze das Problem habe ich zum Beispiel gar nicht ja aber an meiner Maus kann es nicht sein weil das wirklich nur ein Pack hier ist aber das Doppelgesetze mit dem Slapster das interessiert ja häufiger mal ne auch normale Blöcke zum Beispiel die Zahnräder da hat der immer mal zwei anstatt nur eins gesetzt hm keine Ahnung also die Mauer kriege ich heute auf jeden Fall noch fertig sind wir nicht zufrieden also die Mauer kriege ich heute auf jeden Fall noch fertig das erinnert mich jetzt wieder voll an Kino Science Server wo ich Och Gott wie lange habe ich da in der Mauer gesessen Och Ewigkeiten weil ich halt auch immer wieder abgerissen habe damit das halt so richtig stylisch aussieht und ja dann die Nacht immer und boah das war schlimm das war richtig krank das war richtig krank so dann muss ich noch Klostein hier oben verbauen und dann passt alles Oh nein ich habe den Leiterzugang zugebaut Neiin Was macht... NEIN Es wird Zeit für ne Pause Ich... Hast du jetzt... Also dieses Nein und Abbauen war wahrscheinlich wieder vain meine Ich mach ne kurze Pause Daku bis gleich Ich... Rockstar dancer till I drop My love is as hard if my home is the club My stage is the dance your party never stops Ich mach sie nicht mehr